Vor einigen Tagen haben wir am 6-Stunden-Bitcoin-Chart den so ominösen Deathcross gesehen und für einige bekannte Bitcoin-Bären ist das jetzt schon ein Indiz für einen weiteren, größeren Abverkauf. Da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass wir in den nächsten Wochen auf Krypto-YouTube einige Videos mit Thumbnails vollgespickt mit Emojis, wie wir sie sonst nur aus WhatsApp-Chats von Teenagern kennen, aber auch ausgeschnittenen Gesichtern mit weit aufgerissenen Mäulern sehen werden. Habe ich mir gedacht, ich gehe das Ganze jetzt wieder mal sehr rational an, sehr oft Daten basiert und zeige euch mal die verschiedenen Auswirkungen von diesen sogenannten Deathcross und vor allem, was denn wichtig ist, wenn man diese Deathcross bewerten will. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie schon im Intro angekündigt, soll es heute um das Thema Deathcrosses gehen, beziehungsweise EMAs im Generellen. Ich bin fest davon der Überzeugung, dass EMAs einer der wenigen technischen Indikatoren sind, die wirklich langfristig sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr solide sind und vor allem auch sehr hilfreich und anwendbar sind für Leute, die jetzt nicht so im täglichen Bereich handeln wollen, sondern eher langfristig am Markt interessiert sind und einfach langfristig nach Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkten suchen. Und bevor ich mit dem Video starte, nochmal kurz der Hinweis auf unsere Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Es würde mich auch wieder sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar und unterstützt mich so mit dem YouTube-Algorithmus. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was macht denn ein Deathcross am 6-Stunden-Chart aus? Und die Frage ist definitiv berechtigt. Der 6-Stunden-Chart hat natürlich nicht das Standing wie ein Daily-Chart oder gar ein Wochen-Chart, beziehungsweise die Relevanz dieser beiden Charts. Aber man darf nicht vergessen, dass vor allem der 6-Stunden-Chart ein sehr, sehr wichtiger Chart und auch ein sehr wichtiger Chart für Indikatoren zur Trendfolge ist. Gerade für größere Positions-Trader und Swing-Trader liefert der 6-Stunden-Chart nochmal um einiges mehr an Details als nur ein Tageschart oder auch nur ein 12-Stunden-Chart. Ihr müsst euch vorstellen, ein 12-Stunden-Chart liefert nur zwei Kerzen, während der 6-Stunden-Chart in einem vollen Tagesablauf vier verschiedene Kerzen liefert und so auch den Markt um einiges besser kommentieren lässt. Und um die Grundfakten noch kurz zu erklären, was ist denn überhaupt ein Deathcross? Es ist im Prinzip ganz, ganz simpel und leider gar nicht so spektakulär, wie der Name vielleicht vermuten lassen würde. Ein Deathcross ist einfach nur gegeben, wenn eine längsammere EMA über eine schnellere EMA crossed und der meistverwendetste Fall oder die meistverwendetste Definition für einen Deathcross ist der Cross der 200er EMA mit der 50er EMA. Am besten starten wir jetzt hier einfach, wenn wir uns die Vergangenheit ein wenig genauer ansehen. Der eine oder andere, der jetzt schon genauer hingesehen hat, wird vielleicht erkennen, dass wir bereits hier schon solch einen Deathcross am 6-Stunden-Chart haben, der aber sehr, sehr schnell revidiert wurde und mit diesem schnellen Kaufverhalten direkt wieder aus dem Markt genommen wurde und wieder zu diesem umgekehrten Verhalten gekommen ist, nämlich dem Golden Cross. Um dann die weiteren Deathcrosses am 6-Stunden-Chart zu finden, müssen wir schon sehr, sehr weit in der Historie zurückgehen. Hier sehr signifikant und auch sehr interessant und wo ich eben auch vorhin bereits gesagt habe, warum der 6-Stunden-Chart so ein wichtiger Trendfolgendikator ist und warum gerade EMAs für euch langfristige Investoren sehr, sehr interessant sind und sehr wichtig sind. Hier im Februar 2019, wo wir noch im Bereich 3.600 waren, haben wir genau diesen bullischen Golden Cross gesehen, bevor Bitcoin wirklich die sehr, sehr große Rallye losgelegt hat. Hier eine klassische Strategie für langfristige Investoren wäre zum Beispiel abzuwarten, bis wir über die 200 EMA crossen und dann erst Positionen aufzubauen. Wie ihr hier seht, haben wir hier diesen Touch, also die EMA ist sehr, sehr relevant für den Markt, auch hier den Touch und sobald wir hier drüber crossen, seht ihr, wie stark diese Linie als Support hält. Sehr, sehr wichtig, die 200 EMA am Chart zu haben und auch Charts wie den 6-Stunden-Chart regelmäßig zu beobachten. Hier wird es jetzt dann interessanter. Wo waren hier unsere Deathcrosses? Wir haben hier einmal in grün angemalt den Deathcross und hier einmal in grün angemalt den Deathcross, beides mal am 6-Stunden-Chart. Hier ist es ganz interessant, der Deathcross wird erst hier geformt. Also aufpassen, nicht, dass ihr das jetzt falsch interpretiert. Der Deathcross ist nicht hier, bevor dieser Abverkauf stattfindet. Der Deathcross findet erst danach statt. Und da kommt auch schon das erste entscheidende Stichwort ins Spiel. EMAs sind Lagging Indicators. Das heißt, die verarbeiten Informationen erst nachdem sie passiert sind und nicht bevor diese passiert sind. Das heißt, sobald ihr hier diesen Crossover seht, ist das nichts anderes als das verzögerte Signal von diesem Sell-Off. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass EMAs nicht brauchbar sind, aber man sollte sich immer in Erinnerung rufen, dass alle Indikatoren, bis auf ganz, ganz wenige, auf vergangene Daten basieren und nicht natürlich die Zukunft voraussagen. Was wir hier dann gesehen haben, ist ja auch ein Indikator, dass diese Strategie nicht immer funktioniert, nach diesen Crosses zu verkaufen und zu kaufen. Denn hier konsolidiert der Markt sehr, sehr kurz und steigt dann wieder stark an, bevor wir dann ein weiteres Mal abverkaufen. Und hier haben wir den nächsten Deathcross, der dann aber um einige signifikanter ist. Und auch hier wieder zu erwähnen, die 200 EMA, extrem relevant für den Markt, hier am 6-Stunden-Chart. Kommen hier drunter, hier kurze Konsolidierung, ihr seht, hier ist die entscheidende Linie, die den Markt kappt. Hier drunter, 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 kommen nochmal drunter, können hier nicht drüber schließen und dann der entscheidende Abverkauf. Nächster Deathcross und ein sehr, sehr relevanter Deathcross am 6-Stunden-Chart. Wir haben hier diese Rally gesehen, letztes Jahr im April und dann dieser Abverkauf und dann findet hier dieser Deathcross statt, wieder hier. Wir kommen hier nochmal runter, haben hier nochmal eine Rally, testen diese 50 EMA, grün ist 50 und verkaufen auch von hier stark hart. Also ihr seht schon, also diese Deathcrosses am 6-Stunden-Chart, die haben schon Relevanz. Generell, auch wenn wir hier eine Gegen-Rally gegen den Deathcross gesehen haben, haben wir langfristig nach diesem Deathcross immer einen größeren Abverkauf gesehen. Auch hier, wir sehen hier den Rally dagegen und dann wieder der Abverkauf und hier, bevor wir den 6-K-Floor gebrochen haben, haben wir auch wieder den größeren Abverkauf. Aber, das große Aber kommt gleich und das sehen wir uns auch gleich an, nachdem wir diesen Deathcross noch kommentieren, der auch sehr, sehr relevant ist. Wir haben hier diesen Cross und danach einen riesen Abverkauf. Der Markt kommt nicht mehr annähernd auf dieses Level hoch und jeder, der hier laut diesem Signal Short zählt, laut diesem Deathcross am 6-Stunden-Chart, ist sehr, sehr tief im Profit. Hier auch wieder Deathcross am 6-Stunden-Chart, Abverkauf, Retest, Sell-Off. Also ihr seht schon, sehr, sehr relevant für den Chart, aber es ist ein großes Aber im Raum. Und was ist dieses Aber? Das Aber ist wie folgt, es geht immer um die Lage und Situation des Marktes. Wenn wir uns nämlich jetzt mal ein wenig nach hinten bewegen, dann sehen wir folgendes. Wir sehen hier einen Deathcross und wir sehen, dass die Leute, die hier langfristig Short zählen, spätestens hier aus dem Markt genommen werden. Das heißt, wir haben hier eine ähnliche Situation wie mit diesem 6-K-Up-Verkauf. Wir kommen dann hier wieder hoch, nur dass das ein 6-Stunden-Chart ist und kein Daily-Chart und haben hier im Prinzip einen übergeordneten Uptrend. Definition von einem Uptrend, Lower Highs und Lower Lows ist hier ganz klar gegeben. Und somit verliert dieser Deathcross eindeutig in Relevanz. Wir können auch hier noch ein Stück weiter gehen und wir sehen jetzt hier auch wieder theoretisch einen Deathcross. Hier dann der Goalcross, wo die 50 E-Mail drübercrossst. Aber auch hier, wir müssen es hier ansehen, Deathcross. Sehr, sehr bearishes Signal, wenn wir uns an 2018 erinnern. 2018 haben diese ganzen Deathcrosses zu massiven Abverkäufen geführt. Also haben wir hier auch wieder einen Deathcross. Aber was passiert hier? Der Markt trennet nach oben. Trennet hier weiter nach oben. Und ihr seht auch wieder hier, wie relevant diese EMAs für den Markt sind, bevor wir dann hier wieder in den nächsten Deathcross sehen. Und jetzt werden sich die Shortzeller wieder denken, ja, jetzt ist die Zeit zu verkaufen. Deathcross, sehr, sehr relevant für den Markt. Gefolgt von mehreren hochprozentigen Abverkäufen. Falsch gedacht. Wir kommen hier drunter. Wie gesagt, hier wieder der Lagging Indikator. Wir sehen erst hier den Deathcross, nachdem dieser Abverkauf stattgefunden hat. Und dann trennten wir wieder nach oben. Ja, wir haben diese EMA sehr schnell reclaimed und kommen dann in den nächsten weiteren Uptrend. Was sollte ich hier verstehen? Was müsst ihr hier verstehen? Und was ist hier meine Botschaft? Die Botschaft ist, es geht bei diesen EMAs, es geht bei diesen Crosses, ob das jetzt ein Deathcross ist oder ein Goldencross. Es geht immer um die übergeordnete Marktstruktur. Ein Deathcross in einem Bärenmarkt sagt mehr aus, als wie ein Deathcross in einem übergeordneten Bullenmarkt. Ein Deathcross in einem übergeordneten Bullenmarkt kann nichts anderes sein, als wie einfach ein kurzfristiger Abverkauf, eine kurzfristige Trendkorrektur. Und durch den Fakt, dass diese EMAs lagging sind, also verzögerten Indikatoren, kann zu dem Zeitpunkt, wo dieser Deathcross euch präsentiert wird, bereits schon die Trendumkehr nach oben eingeläutet werden. Ihr sollt also immer vorsichtig sein, wenn ihr aufgrund von Indikatoren eure Bias bestimmt. Wir haben hier jetzt mal wieder ein Beispiel aus dem Jahr 2018, das wir bereits vorher gesehen haben und das wir auch kurz kommentiert haben. Hier ist genau wieder die umgekehrte Struktur wie im Jahr 2016, glaube ich, was. Hier haben die Deathcrosses funktioniert, weil wir in einem absoluten Bärenmarkt sind. Damals, im Jahr 2016, haben die Deathcrosses nicht funktioniert, weil es ein übergeordneter Uptrend war. Und hier ist immer sehr, sehr wichtig zu verstehen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Um jetzt zurückzukommen auf den aktuellen Kontext, naja, wie sieht der übergeordnete Kontext aus? Der übergeordnete Kontext ist Bullish. Wir sind nicht in diesem Bärenmarkt, wo wir diese Lower Highs haben, Lower Highs, Lower Highs und diesen Breakdown. Und wir haben hier Lower Highs, äh, Higher Lows, sorry, und Higher Highs. Das heißt, dieser Deathcross ist von weniger Relevanz wie die alten Deathcrosses. Und die ganzen Bären, also die übertriebenen Bitcoin-Bären, ich bin ja mittelfristig auch ein wenig bearish eingestellt, aber nicht so sehr bearish wie die richtigen Bitcoin-Bären, die vergleichen diesen Deathcross hier, den wir jetzt eben hier gesehen haben, mit diesen Crosses aus dem Jahr 2018. Und das ist ein fataler Fehler. Das ist ein fataler Fehler, weil der generelle Kontext nicht mit einbezogen wird. Und wir gehen jetzt hier mal auf den Daily Chart und sehen uns hier mal die Crosses an, denn diese Golden Crosses und Deathcrosses sind natürlich, je höher der Timeframe ist, relevanter. Also am Daily Chart ein Deathcross, am Daily Chart ein Golden Cross ist um einiges relevanter als wie ein Golden Cross am 5-Minuten-Chart. Ich denke, das ist einleuchtend. Hier sehen wir, wie weit die 200 EMA noch unter unserem derzeitigen Marktpreis ist. Das heißt, wir haben hier noch extrem viel Luft, bis wir dann diese EMA hier touchieren. Sorry, ich wollte die Box ein wenig höher machen. Hier wäre der nächste Touch-DMA. Und auch hier langfristiges Bullensignal. Wir sind über der 200er-Tageslinie, solange wir hier drüber sind und solange wir von hier wieder bouncen, ich gehe stark davon aus, dass wir hier zurückkommen, einen starken Bouncing werden, sind wir bullish. Da brauchen wir uns auch nicht auf 6 Stunden Deathcrosses zu fokussieren, solange wir am Daily Chart ganz klar diese Golden Cross-Struktur haben. Und ich habe auch ein paar andere Metriken vorbereitet. Ich mache hier noch mal einen kurzen Cut, bevor wir uns diese ansehen. Was mir hier jetzt noch wichtig ist, ist generell die Relevanz dieser Crosses am Daily Chart ein wenig festzustellen und euch ein wenig zu präsentieren. Ich habe jetzt gesagt, am 6-Stunden-Chart kann so ein Deathcross ein ziemliches falsches Signal sein, wenn man den übergörnernden Kontext nicht betrachtet. Am Daily Chart passiert das eher weniger bis teilweise gar nicht, wenn wir uns die letzten 4 Deathcrosses hier im Hintergrund ansehen. Ihr müsst euch vorstellen, am 4-Stunden-Chart, am 6-Stunden-Chart, wenn so ein schneller Abverkauf stattfindet, dann ist der teilweise nicht relevant für die übergörnete Struktur. Aber kurzfristig drückt der den Markt und drückt der die gleitenden Durchschnitte dennoch stark nach unten. Und deswegen findet so ein Deathcross oder auch ein Golden Cross im Bärenmarkt sehr, sehr schnell statt. Und deswegen zählt bei den niedrigen Timeframes der übergörnete Kontext. Am Daily Chart haben diese Crosses schon sehr, sehr viel Relevanz. Warum? So ein Cross passiert nicht von heute auf morgen. Gerade jetzt, wo wir ziemlich bullish sind, müsste schon einiges an Abverkauf stattfinden. Also es müsste wirklich sehr, sehr viel Angebot auf den Markt gedrückt werden, bevor wir denn so einen Deathcross überhaupt sehen würden. Und hier auch im Hintergrund die Daten der letzten Deathcrosses. Auch wenn wir hier kurzfristig am 3. April 2018 auch wieder eine Rallye gesehen haben nach dem Deathcross. Also wie gesagt, hier wieder. Das ist ein Length Indicator. Das heißt nicht, dass wir sofort nach einem Deathcross den Überkollaps des Marktes sehen werden. Wir haben hier eine Rallye gesehen danach. Aber langfristig hat ein Daily Deathcross immer zu einem größeren und zu einem signifikanteren Abverkauf geführt. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das auch hier mitnehmt. Denn Crosses am höheren Timeframe, sprich Daily Chart, Weekly Chart, sind schon sehr relevant. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute zusehen bei mir, die eher Positionsholder sind, die eher langfristige Investoren sind. Und gerade ihr, auch wenn viele von euch die Chart-Analyse nicht mögen, ihr solltet euch die EMAs am Chart haben. Und wenn ihr gar kein Tool hernehmt und wenn ihr nichts hernehmen wollt, was ich vollkommen verstehe und was ich auch nicht hernehmen würde, wenn ich langfristig investiere, was ich auch nicht mache, wenn ich langfristig ETFs kaufe, dann kaufe ich nicht nach Chart, sondern nach makroökonomischen Faktoren oder nach fundamentalen Faktoren, genauso wie ihr es bei Bitcoin macht. Ihr solltet euch trotzdem die EMAs im Auge behalten. Ihr solltet wissen, wo liegt eure 200-Tages-EMA, wo liegt eure 50-Tages-EMA, wo wäre dann ein guter Einstiegszeitpunkt. Wenn ihr seht, dass wir gerade unter die 50er crossen, wie zum Beispiel hier im Hintergrund, könntet ihr vielleicht erahnen, dass es eher geschickter wäre, noch ein wenig auszusitzen. Oder ihr sagt einfach, okay, ich bin jetzt schon sehr, sehr tief im Markt und ich habe schon meine Positionen aufgebaut, aber wenn wir jetzt nochmal tippen, suche ich einen Einstiegszeitpunkt. Wo ist rein technisch gesehen der beste und einfachste Trendfolge Einstiegszeitpunkt? Genau, an der 200er-Tageslinie am Daily Chart. So, das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, dieses Video, das ganze Video kurz zu beenden. Es dauert eh mittlerweile schon wieder sehr lange. Was wollte ich euch hier mitgeben? Im Ersten wollte ich euch mitgeben, dass ihr eure Fakten immer selber checken sollt und eure Fakten immer selber überprüfen sollt. Wenn ihr auf Twitter was lest oder wenn ihr auf YouTube was seht, vor allem auf YouTube, wenn ihr diese riesen Thumbnails seht, diese flashy Thumbnails mit den großen Emojis und eben diesen Clickbait und sensationsgeilen Titeln, dann solltet ihr euch kurz die Zeit nehmen, wenn euch derjenige jetzt erklären will, dass wir aufgrund des Ereignisses X einen 1000-Dollar-Abverkauf sehen, wenn oder einen 10.000-Dollar-Pam, solltet ihr euch immer kurz die Zeit nehmen, 30 Minuten, eine Stunde, den Chart aufmachen, Excel aufmachen, es ist extrem simpel mit Excel und euch kurz mal eintragen, wie es denn wirklich aussieht über die letzten 2-3 Monate, 2-3 Jahre, was auch immer, wie groß euer Zeitraum ist. Was passiert denn wirklich? Ist es wirklich so schlimm? Gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die gerade mit einspielen können? Ist das gerade, was wir momentan sehen, gerade nur ein zufälliges Ereignis oder gibt es wirklich Kausalität dahinter? Das heißt, wenn Ereignis X eingetreten ist die letzten Jahre, dann ist es wirklich sehr, sehr auf der Ereignis Y drauf gefolgt und nicht nur auf irgendeinen YouTuber berufen, der das sagt und deswegen Banik schiebt, deswegen eure Bitcoins verkaufen und deswegen vielleicht noch eine Kettenreaktion auslösen, indem ihr das Ganze weiter trägt in diverse Telegram-Gruppen oder auf Twitter und somit eine Self-Fulfilling-Prophecy auslöst. Das wäre mein erster Punkt gewesen. Zweiter Punkt, Kontext. Kontext ist wichtig, wenn ihr technische Indikatoren verwendet. Wenn ihr in einem absoluten Bullenmarkt seid und der Preis weiterhin neue All-Time-Highs macht, dann ist es nicht sehr gut, nach dem RSI zu handeln. Wenn der RSI in einem Bullenmarkt überkauft ist, dann heißt das nicht, dass der Preis kollabieren muss, weil er im Bärenmarkt beim überkauften RSI explodiert ist. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn ihr nach RSI gehandelt hättet, beim Anstieg von 4.000 auf 13.000 Dollar, dann hättet ihr euch massiv die Finger verbrannt. Obwohl 2018 das Ganze vielleicht funktioniert hat. 2018 RSI-Divirgans bearish short. Warum hat das funktioniert? Weil 2018 übergegangen nicht bearish war. 2019 ist bullish. Ihr könnt euch nicht nur auf die Indikatoren verlassen. Es wäre so, als würdet ihr blind Auto fahren. Das funktioniert nicht. Genauso ist es bei den Cross-Hours, genauso ist es bei den E-Mails. Wie ist denn die Marktstruktur? Haben wir Higher Lows und Higher Highs oder haben wir Lower Lows und Lower Highs? Momentan sind wir in einer Range am Daily Chart. Das heißt, wir haben weder Higher Highs noch Lower Lows. Wir sind einfach nur in einer Range. Wir bewegen uns auf und ab. Sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und zwar mir ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das mitnehmen. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr, sehr für euren Support, für eure Reaktionen, für eure Resonanz, für eure Likes. In den letzten Videos ist es wirklich enorm. Und deswegen bin ich auch motiviert, regelmäßig Videos zu bringen. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr könnt euch mit dem Video ein wenig helfen. und vor den, ja, nächsten, vielleicht panikverbreitenden Videos schützen. Bis dahin, euer Chris.